Im Unterricht nimmt dein Mathelehrer oder deine Mathelehrerin viel Zeit und Mühe in Kauf, nur um dir zu erklären, dass sich die E-Funktion beim Ableiten reproduziert. Daher ist es auch vollkommen nachvollziehbar, dass du als nächstes auf die folgende Idee kommst. Wenn sich E hoch X reproduziert, dann doch vielleicht auch all die Funktionen, die hier gerade aufpoppen. Tja, aber leider, leider ist das falsch. Was du als kleine Extraportion beim Ableiten solcher Exponentialfunktionen beachten musst, das zeige ich dir in diesem Quick Release. Bevor wir jetzt aber direkt mit irgendwelchen komischen Ableitungsregeln und Merksätzen beginnen, visualisiere ich das Problem erstmal. Diese besondere Ableitungseigenschaft der E-Funktion sagt aus, dass die Höhe eines Punktes auf dem Graphen von E hoch X denselben Wert annimmt wie der Anstieg der zugehörigen Tangente. Wenn das Anstiegsdreieck also die Breite Delta X ist gleich 1 besitzt, dann muss die Höhe Delta Y dem Wert der Ableitung und nach der Ableitungseigenschaft der Höhe des Punktes entsprechen. Das gilt übrigens für jede beliebige Stelle. Egal in welchem Punkt die Tangente an den Graphen von E hoch X gelegt wird, der Funktionswert, der Y-Wert des Punktes entspricht dem Anstieg der Tangente. Ganz im Gegensatz zu der Funktion E hoch 2X, wenn du dessen Graphen und die Tangente in einem Punkt einzeichnest, dann fehlt im Anstiegsdreieck offensichtlich ein kleiner Teil. Aber sieht das nicht so aus, als müsste man den Anstieg verdoppeln? Sieht es nicht so aus, als würde die Ableitung von E hoch 2X das Doppelte von E hoch 2X sein? Das sieht nicht nur so aus, das ist auch so und so viel kannst du bereits vermuten. Diese 2 hier, die hat doch 100 pro irgendwas mit der 2 aus dem Exponenten zu tun. Die Funktion E hoch 2X entsteht ja nicht einfach dadurch, dass man sich eine Stelle X schnappt und sie in die normale E-Funktion einsetzt, nein, nein. Zuerst verdoppelt man die Stelle und setzt diese 2X in die E-Funktion ein. Hier nochmal verdeutlicht. Im Prinzip setzt du damit in eine Funktion U, also E hoch X, die Funktion V, das Doppelte von X ein. Man nennt U die äußere und V die innere Funktion, wobei diese Begriffe irgendwie bei dir klingeln sollen. Für die Ableitung solch verketteter Funktionen brauchst du natürlich die Kettenregel. Falls du dich nicht mehr an sie erinnerst, du findest sie im Tafelwerk oder recht einprägsam als U' von V mal V'. Bilde also zunächst die Ableitung der inneren Funktion, dieses V' Die Ableitung von 2X ergibt hier einfach eine 2 und die Ableitung der äußeren Funktion U, die ist besonders einfach, denn naja, die E-Funktion reproduziert sich. Sobald du nun mit diesem Schema hier oben fertig bist, musst du eigentlich nur alles in die Kettenregel einsetzen. Du beginnst mit der Ableitung der äußeren Funktion, also E hoch X, musst dort aber noch jedes X durch die innere Funktion ersetzen. Aus E hoch X wird also wieder E hoch 2X. Das Verdoppeln des Anstieges, das kommt nun von der inneren Ableitung V', die hier einfach hinten ran multipliziert wird. Zum Abschluss kannst du gerne noch die 2 vor die E-Funktion schreiben und schon bist du fertig. Der Ursprung dieses Verdoppelns liegt in der Stauchung der E-Funktion in X-Richtung durch die 2 im Exponenten. Sie sorgt dafür, dass die neue E-Funktion steiler verläuft, der zugehörige Streckungsfaktor entspricht der Ableitung der inneren Funktion. Ok, cool, nachdem das grafisch und rechnerisch mit der Kettenregel alles so schön geklappt hat, vielleicht doch noch eine kleine Merkhilfe, denn es ist nichts besonderes an diesen 2X. Dort können natürlich auch andere Funktionen eingesetzt werden. Die innere Funktion –3X beispielsweise hat die Ableitung –3. Nach der Kettenregel, also erneut in die äußere Ableitung E hoch X, die innere Funktion –3X einsetzen. Und dann mit der inneren Ableitung –3 multiplizieren. Die Funktion E hoch –3X reproduziert sich also in gewisser Weise doch beim Ableiten. Nur, dass die Ableitung der inneren Funktion als Faktor vorne noch dazu kommt. Was also auch immer da oben für eine Zahl steht, die Vorgehensweise ist immer identisch und mit ein bisschen Übung schüttelst du die Ableitung ohne dieses Schema aus dem Ärmel. Und na klar, dieselbe Taktik gilt auch dann, wenn die innere Funktion nicht gerade eine lineare Funktion ist. E hoch X Quadrat reproduziert sich und als Faktor kommt die Ableitung der inneren Funktion nach vorne. Hier im Beispiel also 2X. Meistens sind die E-Funktionen noch mit weiteren Vertretern anderer Funktionsklassen verknüpft. Dort reicht die Kettenregel allein nicht mehr aus und es kommen noch all die anderen Ableitungsregeln in Spiel, die du im Matheunterricht kennengelernt hast. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns im nächsten Video an. 2X.